Wir sind Sibs und Piranhas und machen jetzt die Kunsthans Radau. Hervorragend, wunderbar, schön, sehr schön. Musik ist super, super zum Mitmachen geht das ein. Ich möchte gerne ein Autogramm von diesen beiden, die das leiten. Er kommt voll draus. Ich kenne es, es ist schon nachher verfolgt. Plus sie sind meine Favoriten. Das habe ich schon so gecheckt. Das war es hier als Konstanz. Wir gehen jetzt zurück in die Halle, noch ein wenig proben. Üben dieses Zeug. Genau und für euch zu Hause schaltet ein. Am Sonntagabend um 5.08 Uhr. SRF 1. Und vote für Sibs und Piranhas. Kampfterorchestr.